Wir müssen die Lüftung schließen, sonst trinkt weiter Gas an. Hier, die tödlichen Schächte einten, Herr Quill. Hey, ich hab noch ein paar Units gefunden. Suchst du gerade ernsthaft nach Geld? Benutz den Visor, Quill. Ich will nicht als Fleck auf dem Boden. Sie bleiben nicht gefroren, Quill. Wir müssen hier raus. Benutz den verflagten Visor. Hinter dieser Wand ist ein Ausgang. Darf ich? Da kommst du mit bloßen Händen nicht durch. Wir brauchen etwas Schweres. Ich bin Groot. Groot hat recht. Eins dieser Lichter wäre bestimmt schwer genug. Gamora, könntest du eins dieser Lichter losschneiden? Achtung! Ha! Das war unbezahlbar! Worauf wartest du, Quill? Lass Muskelpaket das Ding werfen. Außer du willst es selbst machen. Wenn du nichts dagegen hast, wogegen? Drax, Schleuder ist direkt durch die Wand. Mit all meiner Kraft! Das war's! Und los, Leute! Ich hoffe, du weißt, was du tust! Dann sind wir schon zu zweit. Wird schon schief gehen! Ich bin... Geht es allen gut? Gamora! Drax! Ich lebe noch. Meine Epithelschicht ist intakt. Rocket! Groot! Wo seid ihr? Oh, Flark. Sieht jemand, wo es hier rausgeht? Ich sehe da drüben ein helles Licht. Okay, geh nicht drauf zu. Wächter der Galaxie! Wie viele Male muss ich euch denn noch umbringen? Halt sie hin, Peter. Eure Dreistigkeit, zu glauben, dass ihr mich berauben könntet! Fürs Protokoll nicht alle waren mit dem Plan einverstanden. Danke, Quill. Wirf mich doch gleich ihren Monstern zum Fraß vor. Wisst ihr, was ich mit den letzten Verrätern gemacht habe, die dachten, ich wäre eine leichte Beute? Du hast sie gehen lassen? Kein Ausgang. Wir sitzen in der Falle. Lady Hellbender, lasst uns das ehrenhaft regeln. Ich stelle mich euch im Zweikampf. Ehrenhaft, sagst du? Dieses Angebot kommt leider ein wenig zu spät, Zerstörer. Es gibt kein Entrinnen vor meinem Zorn! Damit kann ich leben. Dweller, das Festmahl wartet! Okay, das ist ein wahres Monster. Dann machen wir es richtig tot. Damit füttert sie dieses Ding. Zweifellos das Fleisch seiner Teufel. Wir müssen diesen Gegner Gniet für Gniet fällen. Okay, der Plan war vielleicht nicht optimal. Wächerlich, das hier ist berauschen. Lass ihn weg, Rocket. Ich liebe dieses Geräusch. Jetzt wissen wir, welche Art von Monster Heilbänder macht. Dafür ist es ein bisschen zu spät. Zerhat sie! Spürst du das? Das Monster vergibt meine Dinge. Können wir es erst erledigen und dann bewundern? Wir müssen es irgendwie einfrieren. Das Ding könnte ruhig ein paar Arme weniger haben. Los! Auf sie! Hahaha! Ja! Vernichte sie! Jetzt! Angriff! Ich werde verhandlungsbereit! Zeit für Gespräche ist vorbei! Knöpf sie dir vor! Da steht doch mein Name drauf! Hol sie dir, Stieger! Binde sie fest, Drew! Jetzt wissen wir, welche Art von Monster Heilbänder mag! Maklo 4 wäre besser gewesen! Drack! Womit tötert sie dieses Ding? Was es auch ist! Es bekommt Unterstützung! Die Bestie ist eindrucksvoll! Können wir es erst erledigen und dann bewundern? Die Lady hat Aggressionsprobleme! Anscheinend ist die Legende wahr! Greif einfach weiter ab! Dweller! Du bist verwundet! Nein! Nicht schon wieder! Du hast genug mit ihnen gespielt! Bring's zu Ende! Okay! Massenkontrolle! Vergesst ja den Großen nicht! Vorsicht vor Dornen auswüchsen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Ich bin bereit zu zerstören! Alles für den Rocket! Jetzt! Überwältige! Okay, wir machen Fortschritte! Langsam macht mir die Sache Spaß! Vernichte sie! Mein Lieber! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Ich dachte, ich wäre erledigt worden! Was? Nein! Wir brauchen nicht auf den Bein, Großer! Ja! Ziehen wir's durch! Groot sagt, wir sollen die Zweige im Inneren zerbrechen! Okay! Nein, nein! Achtet auf weitere Galaxe! Und die anderen Tentakel! Zeig, was deine Äste drauf haben! Komm schon! Gib mir nur einen Schuss! Du besetzt keinen Schuss machen! Auf dich kann ich immer zählen, Gemauer! Ich weiß nicht, aber das Reinkneiden macht doch Spaß, oder? Du musst kein Mitleid haben! Es will uns umbringen! Still! Ich schneide ein Stück ab und es weg nach! Lösch die Aufrucke! Lobenswerte Bemühungen! Dreh die Hälfte! Ja, du wirst durchkommen! Und jetzt mach weiter! Okay, wir machen Fortschritte! Die Bestie hat aus ihren Fehlern gelernt! Die Bestie hat aus ihren Fehlern gelernt! Die erste Zeit, dass jemand eine Klinge spürt! Die Bestie muss sich von diesen Galaxeatoren ernähren! Sie darf sich auf keinen Fall mehr holen! Wir kriegen gleich neue Probleme! Wir müssen ihre Kanne! Wir müssen ihre Kanne fixen! Genug mit den Galaxeat! Richtig gegen die Knochen! Spare dir deine netten Worte für später, Quill! Diesmal trete ich noch nicht ab, kleiner Kumpel! Jetzt! Attacke! Hey, Quill! Willst du die Feuerwerke nicht? Vernichten! Du musst kein Mitleid haben! Es will uns umbringen! Wie sieht es aus, wenn wir diese Dinger überhaupt verletzen? Zerschmeckert das dortige Innenleben! Keine Ahnung! Aber jetzt ist er tot! Der Quill ist gefallen! Der Quill ist gefallen! Okay! Massenkontrolle! Vergebt ja den Großen nicht! Vorsicht vor Daumen ausdrücken! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Los! Aufzieh! Überrenne sie, mein Lieber! Vernichte sie, mein Lieber! Die Bestien muss sich von diesen Gallern-Kreaturen verlieren! Solange sie sich nicht von uns ernähren! Durchhalten! Meine Hände sind voller Gallern! Und dennoch lebt die Kreatur! Genug mit dem Gallern! Brich ihm die Knochen! Als hätten wir nicht schon Genussprobleme! Ich werde euch Probleme geben! So mit schwerter Bemühungen drehen die Hälfte! Sie verstecken sich immer noch hinter jemand anderem! Für so ein kleines Ding kann der echt jede Menge Schmerzen wegstecken! Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen! Vergiss den Gallern! Halt sie unten! Komm schon, du Riesen-Oktopus! Ich brauch nur eine Lücke! Sie wird das sicher nicht durchgehen lassen! Soll sie doch versuchen, uns zu finden! Ich will nur die Gedanken helfen! Ich will nur die Gedanken helfen! Du solltest dich darum kümmern, Peter! Wir müssen den Gallern zerstören! Zerstör seine Innereien! Nur ein allgemeiner Rat fürs Leben! Entschuldigt meine mangelnde Vorsicht! Ich werde immer dein Wingman sein! Mach sie fertig! Mach sie fertig! Mach sie fertig! Mach sie fertig! Stirb ein bisschen hartnäckig! Vernichte sie! Glaubenswerte Bemühungen! Dreh die Helden nach! Was ist mit unserer Bemühung? Wir haben eine Taschwindel zu verloren! Tieft euch ab, denn Hilfe ist unterwegs! Ja! Ah! Das Fleisch von den Knopf zu reisen! Los! Aufziehen! Rocket! Sichern und los! Als hätten wir nicht schon genug Probleme! Hey! Wenigstens sterben die Gallerdinger recht höchst! Achtet auf weitere Galler! Und auf alles andere! Super! Pass auf diesen Schleim auf! Was ich auch abschneide! Es kommt zurück! Es fällt niemand so leicht! Wo ist denn du? Steh auf Großer! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt! Vorsicht! Der geht's! Schneidet sie auf! Ich hab so viel Spielzeug und würde es sogar mal benutzen! Jetzt! Attacke! Ja! Okay! Wir machen Totschnitte! Langsam macht mir die Sache Spaß! Peter Krill! Ich hab dich gerettet! Große Probleme verlangen dann großen Lösungen! Danke, Dread! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Lücke! Kommt Wackelwürfel in den Wackelhimmel? Keine Ahnung! Aber jetzt ist er tot! Jetzt! Überwältige dich! Überwältige dich! Die Bestias muss sich von diesen Galaxiaturen ernähren! Solange sie sich nicht von uns ernähren! Was jetzt, Peter? Groot! Krämpfe sie aus! Ich bin bereit auf dich, mit wem du dich angelegt hast, Lady! Sie kennt offensichtlich unseren Namen! In Stücke geschnitten! Blurkick! Feuerwerk! Okay! Wir machen Fortschritte! Langsam macht mir die Sache Spaß! Auf! Deine Schäge prallen ab! Beschleim ist nicht richtig! Es geht um die Stacheln im Inneren! Vernichte sie, mein Lieber! Als hätten wir nicht schon genug Probleme! Hey! Wir sind die Stacheln, die Gallandinger recht hübsch! Ziehen wir's durch! Ha! Wackelig! Und tödlich! Was soll das? Wackelig! 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 Andere Tentakel! Da steht doch mein Name drauf! Wackelig! 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 Und die anderen Tentakel! Los! Aufziehen! Verschlug soll ihr sein! Groot! Zeit zum Anwenden! Zeit für den Schredder! Komm schon, du Riesen-Oktopus! Wir werden dich in winzige Stützchen schneiden! Verflucht sollt ihr sein! Jetzt! Überwältige sie! Jetzt! Andere! Wer wollte eigentlich die hier auf der Innenseite scharf machen? Ich bin nicht sicher! Aber ich bin sicher, du... Leute, Gruppe bilden! Wir müssen das Ruder herumreißen, Peter! Schnell! Wir feiern gut! Ach ja? Und wie soll das gehen? Die Dust-Mist-Gesichter haben das Schlachtfeld komplett unter Kontrolle! Sieht ihr nur an! Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich auf dieses Schlachtfeld blicke? Ich sehe euch alle! Und ich bin wie hypnotisiert! Ich mein's ernst! Dank euch würde ich am liebsten rund um die Uhr nur kämpfen! Wer ist dabei? Der Sieg, Herr Strunzer! Sieht mir ist neu! Oh je! Oh je! Du weißt nicht, mit wem du dich angelehnt hast, Baby! Das ist die Klage! Das ist die Klage! Es wird Zeit, dass jemand eine Glende spürt! Jetzt! Attacke! Die Klage! Ja! Vernechte sie, mein Lieber! Nein! Sechs freuen wir dich! Ja! Mach deine Smart-Bomb raus! Lobenswerte Bemühungen, Lady Helmetter! Skoprogo, Riesen-Enthropod! Die Kreatur hat keine Achtung! Aufziehen! Yes! Angriff! Zerstört die Kerne, um sie zu töten! Zerstört seine Innereien! Nur ein allgemeiner Rat fürs Leben! Komm schon, gib mir nur einen Schuss! Du meinst einen Schnitt! Noch ein geiler Kürfel! Bleib wach! Mach deinen Frieden! Die Bestias muss sich von diesen Gallerkreaturen ernähren! Das ist ein gehänger Toast, Rags! Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast, Lady! Das ist nicht die Sache! Jetzt! Attacke! Ich glaub' nicht, was sie das noch interessiert! Okay, wir machen Fortschritte! Die Fäfte hat aus ihren Fehlern gelernt! Es ist so lange her, dass ich was gesprengt hab! Ja! Hier! Ihr werdet für eure Anmaßung bezahlen! Vernichtet! Was? Was? Komm schon unter uns! Die Kreatur hat keine Achtung! Was? Irgendwas mit Photosynthese! Gut sagt Danke! Und für mich geht das auch! Überrennen Sie, mein Lieber! Ja! Ihr braucht nicht auf den Bein, Kloser! Ihre Aufmerksamkeit regeneriert sich! Vernichte sie! Mein Lieber! Los! Auf sie! Was? Nein! Groot! Zeig! Okay, wir machen Fortschritte! Die Fäfte hat aus ihren Fehlern gelernt! Zeig ihn! Letzte Bestellung! Die Fäfte muss sich von diesen Galantia-Touren ernähren! Das ist ein geringer Fortschritte! Ich glaube, es will sich heilen! Ein Thriller! Was haben sie dir angetan? Jetzt ist Schluss! Lass Feuer auf sie herausreken! Die Dinger sind hot und happy! Verstehst du? Die könnten nützlich sein! Nützlich, wenn du sagst! Jetzt! Überwältige Sieg! Peter Quill! Entfessle mich gegen diese Narren! Da steht doch mein Name drauf! Überrenne Sieg, Mann! Hey, Tor! Willst du'n Feuerwerk weg? Bombenlos, Rocket! Das ist ein Schaden in die Hände! Wir wollen jetzt hier die Milano! Wir wollen jetzt hier die Milano! Meine eigene Waffe wird ein Untergang sein! Bringen wir's zu Ende! Dieser Kern wird hochgehen! Achtung! Die zerstört uns mit ihrer Wege! Nein! Ich hab's gelockt! Ich darf es nicht wieder! Oh, Mist! Wer wird die Gesetze? Wer braucht Hilfe? Die Dinger sind scharf! Ich treff' sie bitte nicht! Der äußere Dreck dient nur der Ablenkung vom Kerl! Ha, ha, ha! Das Ende war, Trägi-Hellbänder! Seht ihr beide Damen auf! Was jetzt, Peter? Wir kriegen gleich neue Probleme! Ja! Hau sie weg, Rocket! Es ist du oder die Galak-Kiste! Zum Glück war's die Galak-Kiste! Ich schneide ein Stück ab und es wird nach! Das wird mit der Stornige innenliegen! Dieser Kern wird hochgehen! Entschuldigung! Achtet auf die Bomben! Zurück an den Absender! Entschuldigung! Leute, wir haben es geschafft! Sie leben! Bringt mir Nöscher! Schnappt euch alle ein Bike! Oh Gott, wir sind immer noch ganz! Trotzdem müssen wir hier net und zwar schnell! Also Leute, anschneiden! Das war ein Bilderritt! Mir ist nicht nachfeiern, wir haben einen heftigen Fehler gemacht! Und heftig viel Bargeld! Niemand entkommt Lady Help in das Zorn! Das werden wir sehen! Das Zorn! Leute, haltet durch! Eure Knochen gehören mir, Wächter der Galaxie! Sie jagt uns bis ans Ende des Universums! Wen interessiert's? Wir sind runter von der Matschkugel und haben das Geld! Geld, das du uns gezwungen hast zu stehlen! Ach, und wie war das mit dem Raubzug auf Zytopia? Da hast du dich nicht beschwert! Lady Hellbender ist keine Bank! Stimmt, leider nicht! Sonst würde jetzt wenigstens die Beute stimmen! Wow, 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 wow! Eins nach dem anderen bitte! Lady Hellbender wird Rache wollen! Denkt an meine Worte! Dann muss sie sich hinten anstellen! Erst rufe ich Corell an! Je früher wir die Strafe bezahlen, desto besser! Ja, und wir können uns wieder daran gewöhnen, pleite zu sein! Das ist krass! Denkst du eigentlich immer nur ans Geld, Nager? Nein, manchmal denke ich auch an Bomben! Und Fusel! Ah, Bomben aus Fusel! Nicky! Das war... Ist doch wirklich mein Ding! Irgendwas stimmt nicht mit der Verbindung! Dreh mal deinen Regler! Habe, ich bringt nichts! Nicky, ist deine Mom auch da? Ich muss unbedingt mit ihr reden! Sie ist bei ihm... ...in mir drin... ...was du mit dem Mantel in der Zone? Ich war nämlich an Bord und da war so ein dunkler Moment! Hast du die Bandbreite begrenzt? Habe ich schon versucht, es muss was anderes sein! Ich verliere dich, Nicky! Hol deine Mom! Ich musste, dass du nun dead bist! Verlassen! Nicht! Ich muss sie einiger Raker-Sprache von einem Wunder! Ich glaube, mit dem Mädchen stimmt was nicht! Ja! Sie gehört zum Nova-Core! Kannst du das reparieren? Ist ja gut, reg dich wieder ab! Vater! Ich check mal die Matrix! Kommt sie zu mir, komm! Ich kann alle zurückholen! Ich muss einfach... Ich bin einiger Raker-Sprache von einem Wunder!